Hallo, hallo, den wunderschönen guten Morgen hier vom Mount, abrupt heißt er, ne? Ging auch ganz abrupt nach oben. Hier sehen Sie das Kripp von Holz, nehme ich an. Und hier haben wir natürlich noch ganz viele andere schöne Bläcke, ganz viele Rapsfelder hier oben. Also nicht hier oben, sondern da unten, aber sieht man von hier oben. Ein See, die Frühstücks-Anna, und wir fahren jetzt wieder nach unten. Unser Auto steht auch da unten. Und da fahren wir letztes Mal auf den Berg, das ist ja eine Familie, wo erkennt du hier nicht genau, was auch muss sein. So, wir verabschieden uns wieder. Tschüss!